Moin Leute, hier ist wieder Alex. Heute gibt es wieder eine kleine Challenge für euch und zwar den Deep Squared Hold. Ich zeige euch das mal fix. Ihr geht hier nach unten. Achtet darauf, dass die Fersen zusammen sind. Diese Position wird wahrscheinlich jeder hinkriegen. Die Besonderheit daran ist jetzt, ihr nehmt jetzt die Hände nach hinten auf den Rücken und versucht nicht umzufallen. Okay? Gut, probiert das einfach mal aus. Demnächst habe ich noch eine schöne andere Challenge für euch. Die machen wir aber später. Jetzt probiert erst mal das aus. Postet eure Videos, wenn ihr welche macht, gerne in die Kommentare und ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Bis bald.